Gunnar Kaiser ist tot. Er wurde mit noch nicht einmal 50 Jahren aus der Mitte seines Lebens gerissen durch eine heimtückische Krankheit, durch Krebs. Und nachdem ich schon auf meiner Seite einen kurzen Nachruf veröffentlicht habe, möchte ich ihm auch hier nochmal ein Video widmen. Ich kannte Gunnar Kaiser von zwei Interviews. Er war auch bei mir zu Hause, zu Gast in Berlin noch. Wir haben dort ausführlich gesprochen. Er kam mit einer ganzen Mannschaft zu mir und wir waren auch im Austausch. Er war ein sehr lebendiger Mensch, ein sehr feinsinniger Mensch, ein sehr gebildeter Mensch, ein sehr nachdenklicher Mensch. Und in vielen waren wir sehr unterschiedlich von unserer ganzen Art her. Der Gunnar Kaiser hat ja immer sehr viel aus seinem Inneren berichtet, von seinem Innenleben. Er hat sich immer selbst reflektiert, auch in den Videos. Ich mache das etwas anders. Ich mache etwas weniger über mein Innenleben, auch wenn ich es nicht wie eine Löwengrube verheimliche. Aber es ist doch ein ganz unterschiedlicher Ansatz. Und vielleicht eben, weil er sich so völlig geöffnet hat, war Gunnar Kaiser für viele auch eine Art Rettungsanker in der Corona-Zeit. Jetzt auch nach meinem Nachruf haben viele geschrieben, er hat ihnen geholfen, durch diese völlig verrückte Zeit zu kommen. Und was ich besonders bitter finde, wie massiv Gunnar Kaiser angefeindet wurde, wie viel Hass er ertragen musste, wie viel Diffamierungen. Und ich denke, es ist meine laienhafte Meinung, dass der Krebs auch eine Reaktion darauf sein kann. Der Raphael Bonelli, der Psychiater aus Österreich, der mit Gunnar Kaiser befreundet war, der wurde ja auch krank. Und Clemens Arwey, der Biologe, der früher Liebling der grünen und linken Medien war, der dann von denen ausgestoßen wurde, mit Hass überzogen, weil er es gewagt hatte, das Tabuthema kritisch anzusprechen und da auch Zweifel daran zu äußern an der Impfung, der hat sein Leben selbst beendet. Aus Verzweiflung, wie Raphael Bonelli sagte, der ihn gut kannte. Er sagte, es war eine Hinrichtung, weil Clemens Arwey regelrecht zerbrochen ist an dieser ganzen Diffamierung. Was macht das mit Menschen? Ich wurde ja auch krank, hatte einen chronischen Blinddarm, der auch sehr gefährlich war, weil er eben chronisch war, weil er eben verschleppt war. Und die Ärzte sagten, das sei eine Folge des chronischen Stresses, dem man ausgesetzt ist, wenn man heute Kritik an der Regierung übt. Gunnar Kaiser war ein sehr nachdenklicher Mensch und warum ich nochmal ein Video machen möchte heute über ihn, einer der Gründe ist, dass mir ein Leser geschrieben hat. Ganz am Anfang, er sagte, kaum irgendein anderes Medium hat einen Nachruf gemacht. Inzwischen haben einige nachgezogen, andere überhaupt nicht. Und das finde ich wirklich sehr traurig, dass es auch bei den kritischen Medien so viel gegeneinander gibt und so viel Neid und Missgunst. Das ist schlimm. Und dass man sich durch Meinungsverschiedenheiten auseinander dividieren lässt. Wenn wir irgendetwas lernen können oder wenn es uns eine Lehre sein kann, dieser schreckliche, frühe, grausame Tod von Gunnar Kaiser, ist es für mich persönlich die, für mich persönlich, jeder kann seine eigene ziehen, dass man auch in Unterschiedlichkeit Respekt und Freundschaftlichkeit bewahren kann. Gunnar Kaiser und ich waren sehr unterschiedlich von unserer ganzen Art her, von unserem Temperament her, von unserer Herangehensweise. Und wir hatten auch in vielen Themen sicher ganz unterschiedliche Meinungen, ob das jetzt Russland war oder was immer. Es hat uns aber nie im Geringsten daran gestört oder dazu gebracht, dass wir uns nicht gegenseitig respektiert hätten, dass man nicht mit großer Hochachtung miteinander umgegangen ist und mit Respekt. Und das finde ich so tragisch, dass heute viele sagen, da hat irgendeiner in irgendeinem Bereich eine andere Meinung. Darum will ich mit dem nichts mehr zu tun haben. Ich bin da auch leider ein gebranntes Kind. Ich finde das schrecklich und ich finde, es ist genau dieses totalitäre Denken, dass man bei anderen anmahnt und dass man anderen vorwirft. Meinungsverschiedenheiten gehören zur Demokratie, zu einer lebendigen Gesellschaft wie der Sauerstoff zum Leben, weil man atmen muss. Und es sind die Rot-Grünen, es sind die Wurken, die versuchen, Menschen mit anderer Meinung zu entmenschlichen, zu unterdrücken. Und genau das darf nicht passieren. Und Gunnar Kaisers Schicksal, ich habe jetzt gegoogelt, nochmal wie viel er diffamiert wurde. Gruselig, selbst in den Nachrufen, selbst jetzt die Welt, der hat einen Nachruf gemacht, versucht halbwegs neutral zu sein, aber auch da wieder Verschwörungstheoretiker und auch da wieder triefte es aus allen Poren. Er hieß es dann, auf Abwägen sei Gunnar Kaisers gewesen. Liebe Kollegen in den großen Medien, liebe Hasskrieger in den sozialen Medien, wenn ihr irgendetwas aus der grausamen Zeit in der deutschen Geschichte gelernt hättet, dann wüsstet ihr, dass man eben nicht Menschen mit anderer Meinung diffamieren darf, entmenschlichen darf. Und genau das wird betrieben und paradoxerweise ausgerechnet unter dem Vorzeichen, unter dem Vorwand, man tue es, um genau das zu bekämpfen. Dabei sind die Wurzeln von dem Ganzen genau die gleichen. Nein, das ist keine Gleichsetzung zwischen Ökosozialismus und Nationalsozialismus, aber es ist ein Hinweis darauf, dass die Wurzeln, diese Intoleranz, dass die sehr ähnlich sind. Und Gunnar Kaisers war ein Opfer dieses Hasses. Und ich bin kein Arzt, ich kann nicht sagen, ob das auch zu seiner Erkrankung geführt hat. Ich kann es mir aber sehr, sehr gut vorstellen. Meine persönliche Laienmeinung ist, dass das Reaktionen sind. Aber das ist eine Laienmeinung und ich habe keinen Anspruch auf die Wahrheit. Und meine persönliche Lehre, wie gesagt, aus diesem tragischen Schicksal von Gunnar Kaisers ist, dass wir diesen Hass aufeinander, dieses Nicht-Ertragen von abweichenden Meinungen, dass wir das beenden müssen, weil es tödlich ist, über die Lager hinweg und auch in den einzelnen Lagern. Ich möchte hier noch ein Video anhängen, das mich sehr bewegt hat. Gunnar Kaisers hat mich im Februar 2021 kontaktiert und gefragt, ob er meinen Artikel, der späte Triumph des Totalitären, ob er den vertonen dürfe. Dann habe ich gesagt, er darf es nicht nur, er ist eingeladen und es wäre mir eine Ehre. Und dann hat er den vertont mit seiner Stimme. Und wenn ich mir das jetzt anhöre, dann läuft es mir ganz eiskalt den Rücken hinunter, weil er Star so ist, als sei er wieder lebendig. Und ich frage mich, warum trifft es solche guten Menschen, solche großartigen Menschen, solche klugen Menschen, die niemand etwas Böses tun. Und die Bösartigen, hat man den Eindruck, die leben ewig. Ja, ein großer russischer Sänger und in meinen Augen auch Dichter und Poet Viktor Zeude hat einmal gesungen, dass diejenigen, die das Schicksal liebt, die holt es früh zu sich und er ist mit Mitte 20 auch gestorben. Und vielleicht ist das ein Trost, vielleicht hat das Schicksal, hat Gott Gunnar Kaiser besonders geliebt und ihn deshalb zu sich geholt. Vielleicht, so hoffe ich sehr, ist er jetzt an einem besseren Platz. Und er ist nicht mehr am Leben, aber er ist lebendiger als viele andere, die leben, aber nie richtig lebendig sind. Und wenn ihr euch mit ihm austauschen wollt, wenn ihr seine Stimme weiterhören wollt, unten sind seine drei letzten Bücher. Besonders berührend, dass das letzte Buch noch gar nicht erschienen ist, das kommt jetzt erst raus, das kann man vorbestellen. Und es ist sowas Lebendiges, sowas Schönes, sich mit Menschen auch über deren Tod hinaus, über Bücher zu verständigen, zu kommunizieren. Ich habe das erlebt bei meinem großen väterlichen Freund Wladimir Wainowitsch, großer russischer Satyriker, Dichter und Denker, bei dem ich oft heute denke, mir geht es wie ihm damals in der Sowjetunion. Also sehr vieles, sehr ähnlich, wenn auch nicht alles. Und wenn ich den heute lese, dann ist das immer so, als ob ich mich unterhalten würde mit ihm, als ob ich seine Stimme hören würde, als ob er ganz in der Nähe wäre. Und von daher, wer sich mit Gunnar Kaiser weiter austauschen will, wer seine Stimme weiter hören will, der kann ihn lesen oder auch ansehen. Und ja, es ist sehr, sehr tragisch, wie viele an der Corona-Zeit zerbrochen sind und wie viele gestorben sind, ob es nun einen Zusammenhang gibt oder nicht. Ich habe ja erzählt, ein Arzt, den viele von euch auch kennen und der auch, ja, wahrscheinlich war es selbstmordig, will da nicht nachforschen und die Angehörigen haben auch gebeten, nichts darüber zu berichten. Aber ganz, ganz tragisch, ein anderer, auch möchte ich aus Rücksicht mit den Angehörigen, auf die Angehörigen nichts Näheres sagen, auch Mitarbeiter von mir sehr eng und ist tragisch verunglückt. Kein direkter Zusammenhang, aber es geht einem sehr, sehr nahe. Und ja, ich war ja selber nicht ganz so weit entfernt vom Tod im März, als ich diesen chronischen Blinddarm hatte und als ich da auf dem Weg zum Krankenhaus war und nicht wusste, wie ernst es ist und die Ärzte das so geschildert haben, dass ich wusste, es kann auch Schluss sein, da hatte ich das Gefühl, ich bin mit mir im Reinen und ich glaube, das ist ganz entscheidend und ich bin ganz sicher, dass Gunnar Kaiser und auch Clemens Arwey, dass die mit sich im Reinen waren und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was man beim Ende des Lebens sagen kann und es ist auch der größte Wunsch, den man eigentlich haben kann, dass man mit sich im Reinen ist und ich ziehe meinen Hut vor Gunnar Kaiser, ich möchte ihm meinen tiefsten Respekt ausdrücken und er ist weiter lebendig, er ist mit uns und wie gesagt, unten seine Bücher, er sich mit ihm austauschen möchte und er fehlt uns, aber er ist bei uns. Mein tiefes Beileid an seine Angehörigen, das ist eigentlich unerträglich, es ist schrecklich und die große Hoffnung, dass es ihm irgendwo da oben vielleicht besser geht, als hier in diesen verrückten Zeiten, in diesem verrückten Land. Ruhe in Frieden und möge sein Licht ewig strahlen und vor allem auch sein geistiges Licht. Alles Gute, danke, ciao. Wir sehen uns so Reitschus 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 Der späte Triumph des Totalitären Wie die Vergangenheitsbewältigung scheiterte von Boris Reitschuster Vergangenheitsbewältigung ist als Fachbegriff ohne Übersetzung sogar in anderen Ländern geläufig. Deutschland galt als Musterbeispiel dafür, wie sich ein Land mit den Schrecken der eigenen Geschichte auseinandersetzen kann und die nötigen Lehren aus diesen zieht. Jetzt, in der Krise, stellt sich heraus, Es war eine Potemkin'sche Vergangenheitsbewältigung, die zum Ritual erstarrt ist und dabei das Wesentliche aus den Augen verloren hat. Duschan Wegner schrieb einmal sinngemäß, die Deutschen verhalten sich wie jemand, der bei Rotlicht von einem braunen Lastkraftwagen überfahren wurde und nun gegen alles Braune ankämpft, statt generell für die Einhaltung von Straßenverkehrsregeln. Das Grundproblem ist, dass die Ritualisierung so weit gegangen ist, dass die völlig falschen Schlüsse aus unserer Vergangenheit gezogen werden. Infantile, schwarz-weiße. Bei einer Vielzahl von Menschen herrscht entweder die Vorstellung, die Deutschen seien 1933 von Hitler als Verkörperung des Bösen verführt worden und oder, dass dann damals eine Mehrheit sich entschied, auf die Seite des Bösen umzuschwenken. Beides ist psychologisch betrachtet ebenso eine Abspaltung wie die inzwischen zum Mantra gewordene Interpretation des 8. Mai 1945 als Tag der Befreiung. Was nahelegt, gut 60 Millionen Deutsche wären 1945 allesamt Hitlergegner gewesen und hätten sich befreit gefühlt. Leider war es eben nicht so. Und viel spricht dafür, dass eine Mehrheit sich weniger befreit fühlte als besiegt. Aber solche unangenehmen Aspekte verdrängt man lieber. Wäre die Vergangenheitsbewältigung geglückt und hätten Politiker und Journalisten in ihrer überwiegenden Mehrheit die Lehren aus den Schrecken der deutschen Geschichte gezogen, dann wäre ihnen klar, dass das politisch Böse stets im Gewand des Guten daherkommt. Dass Hitler die Deutschen eben nur verführen konnte, weil viele zu seinem autoritären und totalitären Denken neigten. Dass es die Ablehnung von anderen Meinungen war, die zur Hetze gegen Andersdenkende führte und dann zu den Konzentrationslagern. Dass eine der wichtigsten Lehren aus der Geschichte sein muss, Menschen mit anderen Meinungen nicht auszugrenzen, nicht zu diffamieren, sondern sie in den demokratischen Diskurs einzubinden. Dass heute genau das Gegenteil in Deutschland geschieht, dass die Regierenden dabei nicht nur aktiv mitmachen, sondern genau das Anheizen ist ein später Triumph Hitlers und seiner Mitverbrecher. Ebenso groß ist das Versagen im Bereich Menschenrechte. Wie die Corona-Krise zeigt, sind sie für viele Politiker und Journalisten nur etwas für Sonntagsreden. Nicht nur Heiko Maas erdreistet sich, sie als Sonderrechte für diejenigen in Aussicht zu stellen, die brav den staatlichen Vorgaben folgen und sich impfen lassen. Dass solche Ungeheuerlichkeiten ausgerechnet von jemandem kommen, der von sich behauptet, wegen Auschwitz in die Politik gegangen zu sein, ist an Tragikomik kaum zu überbieten. Nicht mal dadurch, dass Maas regelmäßig mit dem Iran kuschelt, der die Juden in Israel vernichten will und in der UNO regelmäßig gegen den Judenstaat stimmen lässt. Grundrechte sind nicht für Sonntagsreden und fette Jahre da. Die Väter des Grundgesetzes haben sie so fest in der Verfassung verankert, damit eben nicht morgen entfesselte Politiker sagen können, eine große Gefahr mache es erforderlich, sie aufzuheben. Genauso wie Hitler das tat, der ja auch vorgab, sie nach dem Reichtagsbrand temporär außer Kraft zu setzen, weil die Gefahren angeblich zu groß waren. Um der heute üblichen Hyperventilation bei Journalisten und Politikern vorzubeugen, das ist keine Gleichsetzung. Die wäre absurd und sträflich, aber es ist ein Verweis darauf, dass Grundrechte heilig sein müssen, wenn wir auch nur etwas aus dem Dritten Reich und dem Kommunismus gelernt haben wollen. Dass sie nicht unter Hinweis auf eine abstrakte Gefahr außer Kraft gesetzt werden. Und Corona ist zwar eine konkrete Gefahr für die Risikogruppen, aber angesichts der Tatsache, dass es keine Übersterblichkeit gibt und Länder wie Schweden ohne Grundrechtseinschnitte nicht in einer Katastrophe schlittern, ist Corona keine Grundlage dafür, den Menschen faktisch alle ihre Grundrechte zu nehmen. Die Bundesländer planen bereits Zentralstellen für Zwangseinweisung, um Quarantänebrecher wegzusperren. In einer sich via Medien gegenseitig hochschaukelnden Freiheitsbegrenzungsorgie, die durch Angst und Hysterie befeuert wird, gelten die Grundrechte als lästiges Hindernis, das man im Sinne des vermeintlich höheren Gutes ausschalten muss. Wie so oft in den finsteren Zeiten der Geschichte. Genau diesen Fall wollten die Väter unseres Grundgesetzes aus ihren schrecklichen Erfahrungen heraus um jeden Preis vermeiden. Ihre Urenkel, aufgewachsen im als ewig angenommenen Zustand von Wohlstand, Frieden und Demokratie, haben jegliche Wachsamkeit verloren und geben heute die Freiheit, für die einst Millionen Menschen gestorben sind, in vorauseilendem Gehorsam auf. Sie degradieren die Menschenrechte zu Privilegien, die sie braven Bürgern verteilen, wie Eltern ihren Kindern Lutscher geben. Und allzu viele Menschen spielen das autoritäre Spiel freudig mit. Corona zeigt, große Teile von Politik, Medien und Gesellschaft haben Demokratie nie wirklich begriffen. Sie ist für sie immer eine äußere Fassade geblieben, ein Ritual. Anders wäre die Ausgrenzung und Diffamierung von Andersdenkenden im Namen der Demokratie und die bei Personen wie Söder und Lauterbach fast schon wollüstige Freude am Abschaffen von Grundrechten und die Akzeptanz bei einer Mehrheit dafür nicht zu erklären. Die finsteren Urkräfte, die nicht typisch deutsch sind, aber bei uns doch besonders ausgeprägt, die wir für überwunden hielten, sie sind wieder da. Wieder treten sie in Deutschland besonders heftig zum Vorschein. Wieder ist der Gehorsam besonders groß und vorauseilend, das Hinterfragen besonders gering und verdächtig. Der bürokratisch-technische Eifer, ja, Erfindungsreichtum beim Durchsetzen, Übertreiben, ja, Pervertieren von Maßnahmen deutlich größer als anderswo. Der Lack von 75 Jahren Pluralismus ist weg. Ja, selbst der von 300 Jahren Aufklärung splittert. Was wir gerade erleben, auch in den USA, ist der späte Triumph des Totalitären. Gnade uns Gott! Guten Tag, meine Damen und Herren. Mein neues Buch ist raus, endlich mit Aktien Geld verdienen. Ich bin Max Otte, seit 40 Jahren an der Börse, manage sechs Fonds und habe hier mein gesammeltes Börsenwissen niedergelegt. Auf der Webseite zum Buch www.endlich-mit-aktien-geld-verdienen.de also endlich-mit-aktien-geld-verdienen.de gibt es viel Zusatzmaterial, wenn Sie sich registrieren. Da können Sie dann auch viele Beispiele durcharbeiten. Schauen Sie rein, freuen Sie sich aufs Buch. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.